hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen ausgabe von wusstet ihr das 19 der spieldeck in der bundesliga das heißt neun spannende matches am kommenden wochenende heißt natürlich auch drei interessante sowie wichtige fakten die euch vielleicht weiterhelfen bei eurer wettabgabe bevor wir aber loslegen mit unseren drei fakten zunächst mal zwei drei interessante fragen euch denn ich will eure meinung wissen was haltet ihr von der transferoffensive des fc chelsea 209 millionen euro kolportierte millionen euro wurden ausgegeben financial fairplay fragezeichen was haltet ihr davon dann will ich eure meinung wissen zum transfer von joao kanzel zum fc bayern kann er dieser mannschaft weiterhelfen wird julian nagelsmann auf dauer sogar mit einer dreierkette spielen auch da bin ich sehr gespannt und allgemein würde ich gerne wissen von euch soll ich in zukunft auch mal videos drehen die eben um diese transfers gehen die von diesen transfers handeln mit meiner persönlichen meinung wenn das so sein sollte dann schreibt das gerne unten die kommentare und jetzt legen wir los mit unserem ersten fakt zum 19 spieltag und er lautet wusstet ihr dass seit beginn der datenaufzeichnung 2004 2005 kein anderer spieler in seinen ersten 17 bundesligaspielen mehr scorer punkte sammeln konnte als randal kolomuani ja der frankfurter steht bereits bei 17 scorer punkt sieben tore hat er selbst erzielt zehn mal hatte denn es ist gegeben und vor ihm gab es bislang nur zwei spieler die ebenfalls in ihren ersten 17 bundesligaspielen 17 scorer punkte auf dem konto an welche beiden spieler wanders ich gebe euch zwei kleine tipps der eine hat lange blonde haare und der andere trägt einen künstlernamen deswegen haut mal gerne die kommentare rein übrigens wer darauf wetten möchte dass kolomuani auch am samstag im heimspiel gegen die hertha trifft der findet dafür eine quote von 250 unser zweiter fakt der geht über das spiel wolfsburg gegen bayern denn wusstet ihr dass julian nagelsmann als bundesliga trainer in sechs anläufen noch nie beim vfl wolfsburg gewinnen konnte ja tatsächlich seitdem er bundesligatrainers egal ob bei der tsg hoffenheim bayern leipzig oder eben jetzt bei den bayern noch nie hat er in wolfsburg drei punkte entführen können zuletzt gab es fünfmal in folge nur ein unentschieden und jetzt werde ich die frage an euch es gab bislang überhaupt nur einen trainer der sogar neunmal in folge mit seinen jeweiligen mannschaften bei einer auswärtsmannschaft bei einer heimannschaft als auswärtsmannschaft unentschieden holte neunmal in folge unentschieden welcher trainer war das und bei welcher mannschaft war das das ist die frage an euch übrigens wer jetzt darauf wetten möchte dass die bayern gegen wolfsburg gewinnen trotz dieser unentschieden serie der findet dafür eine quote von 1 60 und damit kommen wir auch schon wieder zu unserem dritten und damit letzten fakt für den 19 spieltag für das kommende wochenende und er lautet wusstet ihr dass der vfb stuttgart tatsächlich in 30 aufeinander folgenden heimspielen im deutschen oberhaus nicht mehr zu null spielen konnte ja tatsächlich 30 mal in folge nicht mehr zu null gespielt aber was hoffnung macht das letzte zu null das letzte clean sheet vorheimischer kulisse in der bundesliga das gab es gegen werder bremen und gegen den spielen die stuttgart am wochenende natürlich gegen werder bremen deswegen mein tipp beziehungsweise mein vorschlag an euch stuttgart gewinnt gegen bremen ohne gegentor dafür gibt es eine quote von 4,0 das war es von mir heute ich bin sehr gespannt was ihr zu meinen fakten zu sagen ob was ihr vielleicht auch für fakten beizutragen habt schreibt das gerne die kommentare und denkt dran abo da lassen dann verpasst sie nichts von eurem konto von unserem content und jetzt wünsche ich euch ein entspanntes wochenende ein glückliches wochenende und natürlich auch ein erfolgreiches wochenende bis zum nächsten mal